Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 bei First Guy und heute gibt es die England Edition, wir werden also nur England Karten kaufen und ich werde das Ganze jetzt am Anfang jeder Episode so machen, dass wir eine Special Card von jeder Nation suchen, das heißt in Form, Legende, Man of the Match, Hero und so weiter, je nachdem wie wir hier jetzt gleich also als erstes bekommen werden und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, so hat man immer eine richtig, 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 richtig kranke Karte im Team, ich denke mal so ist das Ganze einfach richtig spannend und so sieht das Team natürlich auch mal viel, viel besser aus, bald geht dann natürlich auch wieder bei First Inform oder bei First Special Card los, wir müssen natürlich noch ein bisschen warten, es müssen jetzt einfach noch ein paar Informs und natürlich auch noch ein paar Special Karten rauskommen, aber das wird schon bald starten, keine Sorge und ja, ich würde sagen, wir suchen die erste englische Karte, los geht's und es wird Owen, der Typ ist auch richtig krank, der hat sowas von miese Werte, 89 Tempo, 85 Schießen, 86 Dribbling, leider nur 3 Stände Skills und dann würde ich sagen, holen wir den mal schnell ins Team und dann geht's los mit dem richtigen Squad Builder, ja okay, da haben wir Owen, der hat jetzt knapp 600.000 Münzen gekostet, aber ich hoffe mal, das ist ja auf jeden Fall wert, denn ja, der muss einfach geil sein, ihr habt ja selber gesehen, die Werte von dem sind absolut krank und wir wählen jetzt mal hier kurz eine andere Formation, ich würde sagen, wir nehmen mal wieder die 4-4-2, die ist glaube ich auch ganz nice, da packen wir direkt hier Owen vorne rein und ja, das ist einfach schon mal ein richtig kranker Start, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit dem Torhüter und da wählen wir natürlich auch wieder die englische Karte los, 3-2-1, los geht's, wir nehmen natürlich wieder nur die erste seltene Goldkarte und es wird Joe Hart, hier hinten wäre es fast Seaman gewesen, so Joe Hart kommt ins Team und den hab ich ja letztens sogar noch in den Pack Opening gezogen, das heißt, ich hätte den mal besser behalten, aber okay, kann man natürlich nichts machen, falls ihr natürlich auch noch irgendwie Pack Openings bei First Guys oder ja, irgendwas anderes machen wollt und natürlich noch irgendwie FIFA Coins, FIFA Points, ja, PSN Card, Xbox Live und so weiter, falls ihr das irgendwie benötigt, das eh kaufen wollt oder so, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das über meinen Link in der Videobeschreibung macht, damit unterstütze ich natürlich mich, euch, ja, kostet das Ganze natürlich nicht mehr, da könnt ihr gerne dann mal, wie gesagt, MMOGA, meinen Sponsor, abchecken wir so und die nächste Karte, es wird Smalling, der Typ ist dies ja auch richtig krank, hier wäre es fast Kale geworden, alter, der ist ja auch richtig teuer, aber es wird Smalling, okay, Smalling kommt also auch ins Team, 2.000 Münzen kostet, der geht eigentlich voll klar, dafür hat der richtig kranke Werte, ist vor allem natürlich richtig schnell, so stelle ich mir das vor, so Verteidiger braucht man, bevor jetzt, ja, wir den nächsten direkt suchen, weil das wäre jetzt wahrscheinlich wieder Kale, das würde natürlich ein bisschen die Spannung nehmen, würde ich sagen, machen wir erstmal hier die anderen Positionen, wir machen erstmal den Linksverteidiger, ich weiß gar nicht, wen die Engländer da so schönes haben, es ist Rose, hier wäre natürlich noch Luke Shaw gewesen, aber es wird Rose, der hat auch in den letzten Jahren eigentlich immer eine Silberkarte, dieses Jahr auch eine relativ, ja, kann man sagen, geile Goldkarte, den kriegt man auch schon für 750 Münzen, also, vor allem in den letzten Wochen merkt man das, die Preise sinken natürlich jetzt, einfach von Tag zu Tag, das ist echt krank, also, da muss man echt aufpassen, welche Spieler sich man hier gönnt oder so, weil, ja, echt, manche Spieler sinken echt innerhalb von einem Tag um 2.000, 3.000, 4.000 Münzen, da kann man echt schon viel Verlust machen, und jetzt würde ich sagen, komm, wir machen erstmal den Rechtsverteidiger, das wird Walker, ich hätte gedacht, dass es klein wird, aber es wird Walker, okay, da bin ich natürlich mit zufrieden, 90 Tempo, ich muss sagen, Außenverteidiger hat wirklich England immer richtig viele geile Spieler, okay, Walker kommt ins Team und dann müssen wir jetzt irgendwann mal den ersten oder beziehungsweise den zweiten Innenverteidiger machen, wir suchen direkt, das können natürlich jetzt wieder Cahill werden, es wird Cahill, hier hätte es sogar noch Richards gegeben, oder Corka gibt es natürlich auch noch, Alter, ich muss sagen, England hat richtig viele geile Innenverteidiger, vor allem sind die alle immer mega schnell, okay, Jones jetzt nicht so, obwohl 66 Tempo geht eigentlich klar, aber Corka und so weiter, die sind alle richtig biestig, man, vor allem alle richtig groß und schnell, Richards wäre auch geil gewesen, aber es wird Cahill, Cahill kommt auch direkt ins Team, auch noch 20.000 Münzen kostet der, ich sag's euch, der wird in ein paar Monaten, wird der auf 3.000, 4.000 Münzen sein oder so, das ist echt mega krass, wie teuer die Spieler jetzt am Anfang vor allem noch sind, oder kommen wir ins Mittelfeld, da kommen natürlich die richtig interessanten Spieler, wir machen aber erstmal das linke Mittelfeld, da hat auch England einiges zu bieten, es wird Rodriguez, jetzt ist natürlich noch Ashley Young und noch ein paar andere geile Spieler, oh mein Gott, guckt euch mal den Typen hier an, Antonio, der war auch auf 30k am Anfang, jetzt ist er auf 15 oder so, der Typ ist auch so geil, man, aber es wird Rodriguez, der hier wäre auch ganz geil gewesen, Gray, aber, alter, der ist 96er Jahrgang, das ist krass, dafür schon so eine geile Karte, aber es wird Rodriguez, leider keine Forster-Skills, so, Rodriguez kommt ins Team und ich würde sagen, man muss natürlich sagen, England hat auch relativ geile Silberspieler, das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn wir die jetzt so außen vor lassen, ich würde sagen, komm, wir machen es einfach so, wir nehmen jetzt auch mal in dieser Episode wieder die seltenen Silberspieler mit rein, weil das gehört natürlich auch dazu, wir haben schon erstmal von Buy for Sky die ganzen Non-Ray-Karten rausgelassen, dann können wir natürlich jetzt auch nicht die ganzen Silberkarten und so weiter rauslassen, deswegen, komm, wenn es eine seltene Silberkarte als erstes gibt, hätten wir den genommen, aber es gibt Warcourt mit 96 Pace und der Typ ist jetzt ja auch mega teuer, aber das lohnt sich, Alter, oh mein Gott, diese Werte von dem, okay, Warcourt kommt auch ins Team, ich muss sagen, das Team sieht bislang echt richtig krank aus, es könnte auch eins der teuersten Teams, wenn ich hier gemacht habe, okay, natürlich haben wir vorne im Sturm die Legende, oh, und das reißt natürlich einiges schon wieder raus, wir machen weiter im Mittelfeld, der erste Spieler wird Henderson, hier hätte es fast Delft gegeben, Alter, haben die überhaupt einen anderen glänzenden Spieler, Milner und Lampard, naja, auf jeden Fall wird der erste Spieler Henderson, okay, Henderson ist im Team und guckt euch mal diese Werte an, man, das ist richtig Hardcore, alles über 70, der Typ ist so ein krasser Spielmacher, der hat so geile Pässe drauf und schießen kann er auch und dazu ist er halt nicht langsam, ist einfach optimal, dann würde ich sagen, bevor wir zum anderen Mittelfeldspieler kommen, machen wir noch den ersten Stürmer, um ein bisschen Abwechslung hier rein zu bekommen, deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's und der erste Stürmer, den wir bekommen, ist es Akin Fenwar, ich hab's euch ja eben gesagt, wir werden jetzt auch seltene Silberspieler und auch seltene Bronze-Spieler mit reinnehmen und es wird einfach die Legende himself Akin Fenwar, mehr kann man nicht erwarten, ihr werdet der Faux gewesen, aber das ist mir eigentlich scheißegal, man, dann nehme ich lieber Akin Fenwar, 13.000 Münzen kostet er, ich muss sagen, ich hab echt nicht viele Spieler, für die ich, oder beziehungsweise viele Bronze-Spieler, für die ich 13.000 Münzen auf den Tisch lege, aber für Akin Fenwar mache ich das einfach liebend gerne, man, der Typ ist einfach so krank, ey, das, ich hoffe mal, dass der dieses Jahr einfach rasieren wird, vor allem, weil der Körper natürlich in FIFA 16 mega wichtig ist, der Typ hat 97 Stärke, was will man dagegen noch ausrichten als Spieler, das ist einfach nur richtig Hardcore, dann kommen wir zum letzten Spieler dieses Teams, jetzt bin ich mal gespannt, wen es da geben wird, es gibt Henderson wieder und hier ist der erste Silberspieler, ich hab ja gesagt, wir nehmen jetzt die seltenen Spieler und deswegen wird es auch ein Silberspieler, also quasi ein Bronze-Silber-Gold-Squad hier und ein Legenden-Squad auch noch und der Typ hier sieht auch nicht so schlecht aus, nicht der allerschnellste, aber okay, wir müssen natürlich auch mal einen Silberspieler hier mit reinnehmen, okay, der Kollege kommt auch schnell ins Team und, ja, ich hoffe mal, damit hat es für euch wieder ein bisschen besser gefallen, ob wir, ja, ihr könnt es mir auch gerne wieder in den Kommentaren schreiben, ob wir die ganzen Silberspieler und natürlich auch seltenen Bronze-Karten hier mit reinnehmen sollen, ich werde es so machen, dass ich bei wirklich, ja, ich sag mal, schwächeren Nationen, wo es nicht ganz so viele, vor allem nicht gute Silberspieler gibt oder so, da werde ich dann vielleicht das ganze Team aus Gold-Spielern oder so machen, aber ich denke mal, so ist das Ganze schon richtig gut, hier bei dem Spieler, bevor es jetzt einige schreiben, hier im linken Mittelfeld, da hatten wir ja sogar Antonio vorher oder vielleicht davor, nee, es war sogar irgendwie Gary oder so hieß der, dieser im linken Mittelfeld, dieser 96er, das wir eben angesprochen hatten, also 96er Jahrgang, der war ja eigentlich auch hier vor Jay Rodriguez, aber da hatte ich das Ganze noch nicht gesagt, ich habe das Ganze erst danach geändert mit den Silberspielern und Bronze-Spielern und, ja, ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist, ich denke mal, mit diesem Team können wir ein Spiel starten, los geht's! Okay, und dazu gibt es sogar noch das Finale hier im Gold-Pokal, wir haben das Ganze jetzt nur mit Buy-for-Sky-Partien hier, habe ich mich hier ins Finale gespielt, also ihr könnt euch das gerne nochmal, falls ihr die ganzen Spiele sehen wollt, die letzten, ja, drei Buy-for-Sky angucken, da gibt es halt immer eins dieser Spiele und heute gibt es also das Finale mit diesem Team und mir ist mir eben aufgefallen, ich habe keinen einzigen Forza-Skiller dabei, aber ihr wisst es ja selber, ich bin eh nicht der beste Skiller, von daher ist das jetzt nicht ganz so notwendig, ich hoffe einfach, dass wir das Finale gewinnen, dann gibt es sogar noch so ein kleines Gold-Pack. Okay, da ist auch schon unser Final-Gegner und so sieht sein Team aus, er hat auch ein komplettes BPL-Team und Leihspieler Aguero da vorne im Sturm, das Team sieht gar nicht so schlecht aus, aber was ist mit seiner Innenverteilung los, er hat Hut da vorne drin, da vorne, da hinten drin, ist jetzt nicht der allerschnellste und Bason, glaube ich, sein Torwart ist jetzt auch nicht der stärkste, es könnte auf jeden Fall ein Ding sein, dass wir hier gewinnen könnten, wir haben natürlich auch richtig kranke Spiele, eigentlich vom Team her müssen wir das Ding gewinnen hier, jawohl, komm, jetzt können wir kontern, Akin, Fenwar und Owen, ich muss diesmal, glaube ich, irgendwie alleine machen, jetzt, komm, es war kein Abseits, komm, es war doch kein Abseits, mach ihn, 1-0 Akin, Fenwar, so muss das sein, war es Abseits, es war doch Abseits, Alter, wie spät hat der Ref jetzt gefiffen, Mann, Akin, Fenwar ist nicht der allerschnellste und hat nicht die allerbeste Ausdauer und dann lässt er den noch so lange laufen, Mann, wieder, der kriegt den wieder, komm, der kann, mit links, glaube ich, gar nichts, oh, Akin, Fenwar mit links, haut er den an die Latte, Mann, der hat nur zwei Stände schwachen Fuß, oder ist er links Fuß, ich habe keine Ahnung, ich hoffe mal nicht, Mann, ich schieße die ganze Zeit mit dem falschen Fuß, oh, das hat er, das hat er richtig gut gemacht, 1-0 für den Gegner, ich glaube, Fernandinho war es mit dem Tor, aber das hat er wirklich Respekt an den Gegner, das hat er richtig gut rausgespielt, aber wir machen das einfach blöd, dass wir hier immer noch nicht führen, ist echt schwach, weil wir haben, okay, wir versuchen jetzt was ganz Spezielles, wir versuchen den Ball jetzt hier abzulegen auf Rose und der haut jetzt mal einen Schuss raus, aber sein Torwart, der hält den natürlich, der war natürlich nicht ganz so gut platziert, und jetzt muss es Henderson machen, komm, Henderson, Digga, ist das dein Ernst, was ist das für ein Schuss, ey, Henderson, dafür habe ich dich nicht gekauft, Mann, damit du so einen Schuss rausknüppelst hier, voll ins, nix, Alter, da war gar nix, oh, das war jetzt nicht gut gemacht, das war nicht gut gemacht, aber da hinten ist Akin, Fenwar, nein, Akin, oh, ich dachte, der 5-11 war, Akin, Fenwar hat den Ball nicht mehr bekommen, und unser Gegner gewinnt hier sogar noch den Pokal, es war wirklich ein spannendes Spiel gegen Ende noch, wir hätten echt einige Tore verdient gehabt, wir hatten auch die Möglichkeiten zu einigen Toren, aber er war einfach, er hat einfach diesen einen Moment gehabt, wo er das Ding reingemacht hat, egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, und oh, und hat sich sogar noch verletzt, Mann, naja, das Team war auf jeden Fall richtig krass, falls ihr das auch irgendwie haben wollt, oder so, und ihr natürlich noch Coins braucht, oder FIFA Points, checkt, wie gesagt, wir haben wir im OGA-Haus, Link ist in der Videobeschreibung, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wir sehen uns in der nächsten Folge, schreibt wieder eure Wünsche für die nächste Nation in die Kommentare, macht's gut, und, ciao! und, ciao!